Musik Die Hansepferd ist ja Nordeuropas wichtigste Pferdemesse und hat entsprechend all das im Angebot, was unsere Pferdefreunde, Pferdediebhaber brauchen, das heißt alle möglichen Reitsportartikel. Wir haben natürlich auch viele Informationen, großes Rahmenprogramm. Wir haben so viele Pferde und Rassen wie nie zuvor. Circa 300 Pferde werden hier im Messegelände stehen. Das ist einmalig bei Messen. Also hier eine riesengroße Vielfalt und dann natürlich die Spezialitäten wie zum Beispiel den Western Circle, das Gesundheitstraining, all diese Dinge, die eben Pferdefreunde und Freundinnen wissen müssen.